Also thermische Röntgenstrahlung, wenn Gas sehr heiß gemacht wird. Bei einer Temperatur von einer Millionen Grad und höher entsteht Röntgenstrahlung, thermische Röntgenstrahlung. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass Teilchen beschleunigt werden auf sehr hohe Energien, da strahlen die auch Röntgenstrahlung ab. Die Idee, die die Astronomen hatten, als sie diesen Ausbruch modellierten, also ein Ausbruch im Röntgenbereich, 1992 wahnsinnig hell, Ende des 20. Jahrhunderts ging die Leuchtkraft um den Faktor 200 runter. Die einzige Idee, die wirklich erfolgreich war, bei der Erklärung dieser Daten war, dass das schwarze Loch in Rxj1242-11 einen Stern zerrissen hat. Ja, das passiert nämlich auch. Und zwar, fahren Sie einfach in die Nordsee, gucken Sie sich an, was da passiert. Was passiert da? Ebbe und Flut. Die Sache mit den Gezeiten. Der Mond zieht die Erde so an, wie die Erde den Mond anzieht. Was passiert, wenn ein Stern in die Nähe des sogenannten Gezeitenradius eines schwarzen Lochs kommt? Was passiert mit dem Stern? Nun, im Prinzip genau das Gleiche, was mit der Erde immer passiert. Die Erde wird ja auch regelmäßig von der Gezeitenkraft des Mondes deformiert, beruhigt sich wieder, wird wieder deformiert. So, wo der Mond steht, da zieht der Mond am Erdkörper, der Erdkörper zieht am Mond. Und diese Deformation, die passiert natürlich auch bei einer Gaskugel, wenn sie zu nah an das schwarze Loch kommt. Ich rede hier nicht davon. Moment. Na, ich sehe das, ich kann mir das ja vorstellen. Ich rede hier nicht davon, dass der Stern sozusagen im Schwarzschildradius des schwarzen Lochs verschwindet. Also im Horizontischen. Nein, 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 sondern er kommt dem schwarzen Loch so nah, dass der Stern sozusagen an seiner Rückseite merkt, also an dem schwarzen Loch zugewandten Seite merkt, da ist Gravitationskraft und auf der anderen Seite nicht. Das heißt, der Stern wird deformiert, wird zu einem Tropfen verarbeitet, so die theoretische Vorstellung, und dabei wird ein Teil des Sternenmaterials quasi in Richtung des schwarzen Loches hineinfallen. Das heißt, wir haben jetzt zwei Teile des Sterns. Der eine Teil des Sterns wird wegfliegen, und der andere Teil des Sterns wird auf gebundenen Bahnen um das schwarze Loch herumfliegen. Und was wird denn mit dem Zeug passieren? Nun, genau das Gleiche, was passieren würde, wenn sich eine Gasscheibe bilden würde. Das Material wird heiß und strahlt. Wie heiß wird es? Es wird richtig heiß. Denn die Geschwindigkeiten in der Nähe des Gezeitenradius eines schwarzen Loches sind in der Nähe von 1000 bis 10.000 Kilometer pro Sekunde. Jetzt machen wir mal eine Rechnung. Wie kriegen wir die Temperatur eines Gases? Wir rechnen die thermische Energie, Kt, also K ist eine Konstante, brauchen wir nicht weiter zu uns Gedanken zu machen, ist ungefähr gleich der Bewegungsenergie der Teilchen. Bewegungsenergie hat was mit M, also der Masse des Teilchens, und V² zu tun. Also der Geschwindigkeit der Teilchen zum Quadrat. Je schneller die sind, umso höher ist die Temperatur. Eine Geschwindigkeit von 1000 Kilometer pro Sekunde entspricht einer Temperatur von 10 hoch 8 Grad. Also 100 Millionen Grad. Und das ist auch in der Tat ein Temperaturbereich, den man gut verstehen kann, wenn man die Röntgendaten, die da aufgenommen worden sind, verstehen will. Jetzt ist es noch viel irrer. Jetzt hängt, was mit einem Stern tatsächlich passiert, wenn er in die Nähe dieses Gezeitenradius kommt, hängt von zwei Sachen ab. Erstens, wie groß ist das schwarze Loch? Zweitens, was ist das für ein Stern? Wenn es ein großes schwarzes Loch ist, dann ist ja sein Schwarzschildradius größer. Und so ein großes schwarzes Loch kann einen Stern insgesamt verschlucken, bevor es den Stern zerrissen hat. Die Gezeitenkräfte sind zwar nicht so stark, aber da der Radius so groß ist, kann der Stern sozusagen, flupp, verschwinden. Beim kleinen schwarzen Loch ist es ganz anders. Der Gezeitenradius ist viel enger und wenn dann ein Stern ungefähr an das Zehnfache dieses Gezeitenradius drankommt, spürt er bereits die Gezeitenkraft und wird zerrissen. Das heißt, ein kleines schwarzes Loch, etwas, was so unterhalb von einer Million Sonnenmassen ist, zerreißt Sterne viel stärker als ein großes schwarzes Loch. Wenn der Stern kein Stern mehr ist, sondern eine Sternleiche, wie zum Beispiel ein Neutronenstern oder ein weißer Zwerg, dann kann der insgesamt vom schwarzen Loch aufgenommen werden. Sie kennen diese Bilder von den Astronauten in Schwerelosigkeit, wenn die einen Tropfen aufnehmen. Und genauso würde das auch funktionieren beim schwarzen Loch. Der würde also praktisch das Objekt insgesamt komplett auffressen, allerdings ohne großartigen Strahlungsausbruch. Das heißt, wir haben hier ein wunderbares Beispiel vor uns, wenn man sich überlegt, wie viele hundert Millionen Galaxien oder wir haben ja hundert Milliarden Galaxien im Universum. Und das haben wir jetzt zum allerersten Mal beobachtet, dass tatsächlich ein schwarzes Loch einen Stern insgesamt komplett zerrissen hat und aufgenommen hat. Und dabei konnten wir eben bei einem Objekt, was 700 Millionen Lichtjahre von uns entfernt ist, die Strahlungsleistung aufnehmen. Das finde ich eine unglaubliche Sache und wir haben wirklich Dusel gehabt, denn wir haben eigentlich lange darauf gewartet, dass die schwarzen Löcher uns die Prozesse mal zeigen, die wir schon lange am Schreibtisch ausgerechnet haben. Musik Untertitelung des ZDF, 2020